Auf dem Naturgut Obhofen sind wir jetzt hier in Leverkusen-Opladen und da gibt es eine Benjes-Hecke. Und es ist streng verboten, sich da irgendwie drüber zu bewegen und auf das Gelände dahinter zu gehen, so schön das auch ist. Aber das ist Gelände exklusiv für Tiere. Viel Tiere sieht man jetzt gerade nicht, aber wenn man sie beobachten möchte, dann soll man sich hinter die Hecke stellen und es ist verboten, über die Hecke drüber zu gehen und die Tiere zu stören. Also, damit die Tiere ihre Ruhe haben, man sie in Ruhe beobachten kann, hier ein Heckenverbot. Tja, Verbote, die gibt es überall. Und weil Verbote überall sind, werden sie gesammelt und erklärt in diesem Buch. Dieses Buch gehört verboten. Also dieses Buch gehört all den Verboten, über die darin berichtet wird. Frank überall. Es ist untersagt. Warum Verbote uns verwirren und warum wir sie trotzdem brauchen. Jetzt im Buchhandel. Ich bin Buchhandel. Ich bin Buchhandel. Vielen Dank.